Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Steam Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man bei Steam Spiele verschenken kann. Zum einen, wie das bei neuen Spielen geht und ob das denn auch schon bei gekauften Spielen funktioniert. Dafür starten wir zunächst Steam. Ich befinde mich im Startbildschirm. Und nun gehe ich erstmal zu meinen Freunden, denn die möchte ich ja beschenken. Über meinen Profilnamen auf Freunde suche ich mir jemanden aus, bei dem ich weiß, dass er ein Spiel hat, was ich ihm beschenken möchte. Hier gehe ich auf die Spiele und hier kann ich dann in die Wunschliste wechseln. Und da kann man kurz durchgucken und ich habe mich für dieses Spiel entschieden. Der Weg über die Wunschliste muss natürlich nicht sein. Wenn ihr wisst, welches Spiel das ist, könnt ihr das direkt anwählen und auch in den Warenkorb legen. Das macht gar keinen Unterschied, ob ihr das dort macht oder hier. Das heißt, wir drücken in den Warenkorb legen. Dann sieht das Ganze so aus. Nun wähle ich nicht für mich selbst kaufen, sondern als Geschenk kaufen aus. Hier wähle ich jetzt den entsprechenden Freund aus und da sieht man dann auch praktischerweise, wer das Spiel auf der Wunschliste hat. Den wähle ich also an. Ich könnte einen Termin festlegen, dass das nicht heute ist, aber wir machen direkt weiter. Hier muss ich jetzt diese Karte sogar einigermaßen ausfüllen. Was schwierig ist, weil ich den Namen dieser Person eigentlich, ich glaube, ich wusste ihn mal, ist aber fünf Jahre her oder so. Nun müssen wir hier noch eine Nachricht eingeben. Die habe ich schon mal vorbereitet. Hier kann ich einen Gruß hinterlegen, schnall dich an und dann hier noch mein Kürzel und dann drücken wir auf Weiter. Damit haben wir jetzt den Bereich ausgefüllt, der dafür zuständig ist, wem wir das Spiel denn schenken. Das ist jetzt wieder die ganz normale Zahlungsanwicklung. Die sollte jedem bekannt sein. Das heißt, hier muss man zustimmen und dann kaufen. Und dann lädt das und nun wurde dieses Spiel dieser Person eben gekauft. Ganz, ganz easy, so ein Spiel an Freunde zu verschenken. Jetzt gibt es natürlich noch die Frage, was ist denn mit Spielen, die ich schon in meiner Bibliothek habe? Kann ich die verschenken? Also einfach, dass ich sie danach nicht mehr habe und sie danach der andere hat? Leider geht das nicht. Das wird wahrscheinlich auch eine der häufigen Fragen sein, aber leider funktioniert das nicht. Natürlich, sobald ihr eine Lizenz eingelöst habt, ist die auf euer Konto aktiv und diese Lizenz lässt sich so leider nicht übertragen. Das ist schade, aber ich denke, diese Frage muss halt beantwortet werden. Damit haben wir beide Themen abgedeckt, wie man denn bei Steam Spiele verschenkt und ob das überhaupt möglich ist. Und dann sind wir mit diesem Video auch fertig. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Bis dahin, euer Shavo.